Ein schwieriger Wasserteppich und eine abgesetzte Wasserschicht am Ufer. Der Marlor-Badesee ist auch in diesem Jahr von Algen geplagt. Das ergab eine vor wenigen Tagen entnommene Wasserprobe. Der Anteil der gefährlichen Blaueilen ist allerdings bis jetzt sehr gering. Trotzdem reicht schon ein kurzes Bad aus, um Übelkeit, Hautreizungen und allergische Reaktionen zu bekommen. Das Gesundheitsamt dreht deshalb vor allem Kinder ab, im See zu baden, noch am Ufer zu spielen. Auf die Gefahren werden die Badegäste mit einem Hinweisschild am Hauptstrand aufmerksam gemacht. Noch in dieser Woche soll eine weitere Wasserprobe entnommen werden. Bis zu neuen Erkenntnissen gilt das Baden im Marlor-Badesee auf eigene Gefahr.